Das Gebet für den Propheten, Frieden und Segen seien auf ihm nach dem Tasha'ud. O Allah, erhebe die Erwähnung Mohammeds und die Familie Mohammeds, wie du die Erwähnung Ibrahims und der Familie Ibrahims erhoben hast. Du bist der Preiswürdige, der Ruhmreiche. O Allah, segne Mohammed und die Familie Mohammeds, wie du Ibrahim und die Familie Ibrahims gesegnet hast. Du bist der Preiswürdige, der Ruhmreiche. O Allah, erhebe die Erwähnung Mohammeds, seiner Frauen und seiner Nachkommen, wie du die Erhebung der Familie Ibrahims gnädig erwiesen hast. Und segne Mohammed, seine Frauen und seine Nachkommen, wie du die Familie Ibrahims gesegnet hast. Du bist der gepriesene Ruhmreiche.